Ich stehe ja schon auf Besuch, doch manchmal wird er auf zum Fluch. So penetrante Zeitgenossen, bei denen Gespräche gar nicht flossen. Oder solche, die viel fragen, wie soll ich die bloß ertragen? Wenn man schon kein Thema findet, wäre es schön, wenn ein Eis verschwindet. Doch für alle Fälle hängt bei mir was an der Wand. Für hartnäckige Gäste nehm ich die Notgitarren zur Hand. Ich hol die Notgitarre raus, schrille Schreie drüllen durchs Haus. Ich werf euch einfach raus, die Notgitarre lehrt das Haus. Schön, dass ein Urlaub dir gefiel, meiner interessiert dich viel, viel. Oh ja, du wirst dir was Schönes kaufen, ich freu mich mit dir, du kranker zu laufen. Wer hat sowas bloß erfunden? Geh entlang bei Liegerunden, ich mag Menschen, wenn wir uns blind verstehen. Obwohl wir uns nicht sehen. Doch für alle Fälle hängt bei mir was an der Wand. Für hartnäckige Gäste nehm ich die Notgitarre zur Hand. Ich hol die Notgitarre raus, schrille Schreie drüllen durchs Haus. Ich werf euch einfach raus, die Notgitarre lehrt das Haus. Ich spiel euch dann Lieder, die ihr so noch gar nicht kennt. Richtig schiefe Wanderlieder, Lagerfeuer, Musik bis ihr brennt. Techno auf der Wanderklampe statt. Wasser wünscht und ihr Ampfe macht ihr bloß keine Sorgen. Denn mein Songbook reicht bis morgen. Für alle Fälle hängt bei mir was an der Wand. Für hartnäckige Gäste nehm ich die Notgitarre zur Hand. Ich hol die Notgitarre raus, schrille Schreie drüllen durchs Haus. Ich werf euch einfach raus, die Notgitarre lehrt das Haus. Also, ich hör euch. Untertitelung des ZDF, 2020